Also was das ist, muss ich wohl keinem erklären. Aber ist diese Batterie jetzt eine Spannungsquelle oder eine Stromquelle? Landläufig werden die Begriffe ja gerne beliebig benutzt und ich erwische mich selbst auch immer dabei. Natürlich stellt sie uns eine Spannung zur Verfügung, das kann man messen. Und wenn ich den Stromkreis schließe, dann fließt ein Strom. Also gibt es da gar keinen Unterschied, ist das das Gleiche? Wir sollten uns in Zukunft bemühen, die Begriffe ein bisschen präziser zu benutzen und das ist keine reine Wortklauberei. Denn wir werden sehen, dass Spannungs- und Stromquellen zwei völlig verschiedene Dinge sind und wenn wir es ganz genau nehmen, ist die Batterie keins von beiden. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Bevor wir uns näher mit den Stromquellen beschäftigen, sollten wir die Unterschiede zwischen Strom- und Spannungsquellen klären. Die Verwirrung bei den Begriffen rührt daher, dass Strom und Spannung ja über den elektrischen Widerstand miteinander verbunden sind. Vielleicht wird es etwas deutlicher, wenn wir sie mit ihrem vollen Namen nennen. Konstant-Spannungsquelle und Konstant-Stromquelle. Die ideale Spannungsquelle liefert unabhängig vom angeschlossenen Lastwiderstand immer eine konstante Spannung. Sie muss den dafür erforderlichen Strom der Last anpassen. Die perfekte Stromquelle schickt durch jeden beliebigen Lastwiderstand immer einen konstanten Strom. Dazu muss sie die dafür erforderliche Spannung über dem Lastwiderstand einstellen. Dass es sowas in der Praxis nicht geben kann, kann man sich ganz leicht überlegen. Die Konstant-Spannungsquelle müsste laut Definition selbst bei einem Lastwiderstand von 0, also einem perfekten Kurzschluss, immer noch die volle Spannung liefern. Dazu müsste der Strom unendlich groß werden. Aber mit Unendlichkeiten zu rechnen sollte man besser sein lassen. Eine Division durch 0 ist einfach nicht definiert. Die Stromquelle bekommt spätestens Probleme den Strom zu liefern, wenn der Stromkreis aufgetrennt wird, also der Lastwiderstand unendlich groß ist. Jetzt müsste auch die Spannung unendlich groß werden. Wenn wir hier in der Praxis davon reden, meinen wir damit, dass Strom bzw. Spannung innerhalb bestimmter Grenzen möglichst konstant gehalten werden sollen. Zum Thema Spannungsstabilisierung gibt es ja schon ein ausführliches Video. Wir konzentrieren uns heute auf die Stromquellen. Genutzt werden Stromquellen beispielsweise in der Messtechnik, um durch einen Messwiderstand einen definierten Strom zu schicken. Häufig einfach auch nur zur Strombegrenzung. Will man zum Beispiel eine Leuchtdiode an sehr unterschiedlichen Spannungen betreiben, reicht ein einfacher Vorwiderstand nicht aus, da bei hohen Spannungen der Strom durch die LED den zulässigen Maximalwert überschreiten würde. Eine einfache Stromquelle lässt sich bereits mit nur einem Transistor aufbauen. Am Kollektor liegt unser Lastwiderstand. Wenn wir dafür sorgen, dass ein konstanter Basisstrom fließt, ändert sich auch der Kollektorstrom kaum. Wie man bei so einer Transistorstufe den Arbeitspunkt bestimmt, kennen wir schon vom Transistorverstärker. Unser Arbeitspunkt bewegt sich jetzt im Ausgangskennlinienfeld entlang so einer Kurve. Sowohl bei Änderung der Kollektorspannung als auch bei unterschiedlichen Lastwiderständen bleibt der Kollektorstrom weitestgehend gleich. Um den Basisstrom konstant zu halten, muss an der Basis eine stabile Referenzspannung anliegen. Besser als ein einfacher Spannungsteiler mit Widerständen ist es, den unteren Basiswiderstand durch Halbleiter zu ersetzen. So werden Temperatureinflüsse besser kompensiert. Wenn der Transistor bei Temperaturanstieg besser leiten wird, leiten auch die Dioden besser und die Basisspannung sinkt. Parallel zu den Dioden liegt die Basis-Emitterdiode und der Emitterwiderstand RE. An der Basis liegt die Flussspannung der Dioden, bei Silizium etwa 2 mal 0,7, also 1,4 Volt. Auch über Basis und Emitter liegt die Flussspannung. Bleibt über dem Emitterwiderstand etwa 0,7 Volt. Über die Größe von RE stellen wir unseren Konstantstrom ein. Wenn wir vereinfacht davon ausgehen, dass der Emitter und der Kollektorstrom in etwa gleich sind, berechnet sich RE aus der Spannung über den Dioden minus der Basis-Emitter-Spannung durch den Kollektorstrom. Der Basiswiderstand muss in Abhängigkeit von der Stromverstärkung so gewählt werden, dass problemlos der gewünschte Kollektorstrom fließen kann. Es gibt einen maximal möglichen Lastwiderstand. Der ergibt sich etwa aus der Betriebsspannung minus der Spannung über RE durch den Kollektorstrom. Wird er größer, kann die Schaltung nicht mehr den geforderten Strom durch den Widerstand treiben. Dass das Prinzip funktioniert, sieht man daran, dass der Strom begrenzt bleibt, selbst wenn ich den Lastwiderstand kurz schließe. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Stromkennlinie in Abhängigkeit vom Lastwiderstand aufzunehmen. Man kann schön sehen, wie die Kennlinie ab einem bestimmten Lastwiderstand stärker abknickt. Die beiden Dioden können auch gegen eine Leuchtdiode oder Z-Diode ausgetauscht werden. Je nach Spannung an der Basis benötigt die Schaltung dann eventuell eine höhere Mindestbetriebsspannung. Eine etwas abgewanderte Variante, die auch schon bei niedrigen Betriebsspannungen gut funktioniert, arbeitet mit zwei Transistoren. Der Strom steigt, bis der Spannungsabfall am Emitterwiderstand so groß wird, dass Transistor 2 öffnet. Dadurch sinkt jetzt die Basisspannung an T1, wodurch der Anstieg des Stroms gebremst wird. Die Schaltung pendelt sich so ein, dass an Re eine Spannung von etwa 0,7 Volt steht. Die Größe von Re bestimmt wieder den Strom durch die Last. Auch hier wieder der Test mit dem kurzgeschlossenen Lastwiderstand. Der Strom bleibt vor allem im unteren Bereich bei Lastwiderständen von 0 bis etwa 1 Kiloohm sehr viel stabiler im Vergleich zur ersten Variante. Die wohl einfachste Stromquelle lässt sich mit einem Sperrschichtfeldeffekttransistor realisieren. Durch den Spannungsabfall am Sourcewiderstand wird das Gate gegenüber dem Sourceanschluss negativer. Steigt jetzt der Strom an, steigt die negative Spannung am Gate und der Transistor wird weniger leitend. Durch diese Gegenkopplung stellt sich ein konstanter Strom ein. Aus der Kennlinie des Transistors kann man den Drainstrom bei einer bestimmten Gatespannung ablesen. Der Sourcewiderstand berechnet sich dann aus der Gatespannung durch den gewünschten Drainstrom. In meinem Versuch blieb der Strom bis zu einem Lastwiderstand von rund 500 Ohm sehr konstant. Bei ausgesuchten Exemplaren kann man auf den Sourcewiderstand auch ganz verzichten. Gate und Source werden verbunden und der Spannungsabfall über der Stromquelle wird sehr klein. Im Datenblatt findet man den Wert Zero Gate Voltage Drain Current oder abgekürzt IDSS. Das ist der Strom bei einer Gatespannung von 0. Der Strom ist leider exemplarabhängig. Bereits ausgemessene Exemplare bekommt man als sogenannte Konstantstromdiode im Handel. Eine weiter verbesserte Stromquelle lässt sich mit einem Operationsverstärker als Fehlerverstärker aufbauen. Die Referenzspannungsquelle wird durch den Eingang des OPV nicht belastet. Der Operationsverstärker stellt den Strom durch RS so ein, dass die Spannung über ihm der Referenzspannung am nicht invertierenden Eingang entspricht. RS bekommt man deshalb aus der Referenzspannung geteilt durch den gewünschten Strom. Auch diese Schaltung war im Test. Es ist nicht verwunderlich, dass die Schaltung den Strom durch die Last über einen weiten Bereich äußerst konstant hält. Nachteilig ist eventuell, dass die Last keinen Bezug zu Masse oder Betriebsspannung hat. Man kann den Lastwiderstand auch in die Kollektorleitung legen. Jetzt fließt durch die Last der Strom durch RS abzüglich dem Basisstrom. Berücksichtigt man das, errechnet sich der Ausgangsstrom nach folgender Formel. Für große Stromverstärkung des Transistors kann der hintere Ausdruck vernachlässigt werden und der Strom ist wieder etwa die Referenzspannung durch RS. Eine ebenfalls sehr einfache Stromquelle größerer Leistung, zum Beispiel für Batterieladegeräte, lässt sich mit Hilfe von Festspannungsregelern realisieren. Im normalen Betrieb stellt er sich so ein, dass die Spannung zwischen den Anschlüssen 2 und 3 konstant ist. Legt man Anschluss 2 nicht an Masse, sondern verbindet ihn über einen Widerstand mit dem Ausgang, ist jetzt die Spannung über den Widerstand konstant. Der Strom stellt sich jetzt auf den Wert UA durch RS ein. Der Strom wird also durch die Größe von RS festgelegt. Nachteilig ist, dass je nach Ausgangsspannung des Reglers eine hohe Verlustleistung am Widerstand entsteht. Besser geeignet sind Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung wie der LM317. Entscheidend ist, dass die Referenzspannung zwischen Anschluss 2 und 3, auf die er sich einstellt, nur bei etwa 1,25V liegt. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Anfangsfrage zurück. Was ist die Batterie? Als Stromquelle taugt sie nicht, denn der Strom ändert sich nach dem Ohmschen Gesetz mit dem Lastwiderstand. Sie ist daher eher eine Spannungsquelle, allerdings mit Schwächen. Durch ihren Innenwiderstand sinkt mit dem entnommenen Strom auch die Spannung an den Klemmen ab. Das soll es als Einführung zu dem Thema gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und dazu könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.